7 Schritte, wie du 2021 eine eigene Social Media Agentur erfolgreich, auch ohne Vorkenntnisse aufbauen kannst. Hi und herzlich willkommen auch jetzt hier wieder in einem neuen Video hier auf dem SMMA-TV-Kanal. Und ich freue mich extrem, dass du heute auch hier wieder mit dabei bist. Heute wird das Video auch wieder ein bisschen ausführlicher und du wirst hier sehr, sehr viel for free auch wieder bekommen. Und zwar bekommst du von mir eine Anleitung, wie du in 7 Schritten 2021 eine erfolgreiche eigene Social Media Agentur aufbauen kannst, ohne groß Vorkenntnisse haben zu müssen. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt gleich in die Punkte rein, aber zuvor noch ganz kurz abonnier auf jeden Fall hier diesen Kanal, damit du solche Videos nicht mehr verpasst. Wenn du diese Videos auch wertschätzt und sagst, hey, dir gefällt wirklich der Content hier komplett umsonst, dann würde ich mich extrem freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben direkt gibst, wenn du einen kurzen Kommentar schon mal für den Algorithmus hinterlässt und wie gesagt, spätestens jetzt den Kanal abonnieren. Und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt zum Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 1 ist das Thema, gib deiner Agentur einen Namen. Und das ist eine Sache, da verbringen super viele Leute viel zu viel Zeit. So, Name ist an sich schon wichtig, weil du musst dir im Endeffekt zum Kunden rausgehen und auch sagen, wer du bist, was du machst, von welcher Firma du bist und so weiter. Aber viele Leute versuchen so ein bisschen den Namen zu nehmen, um in der Komfortzone zu bleiben, um keinen Vertrieb zu machen, weil sie müssen erstmal den Namen entwickeln und so weiter. Und ich sage euch eins, der Name ist super unrelevant. Ihr braucht zwar einen Namen, aber der Name ist eigentlich super unrelevant und bitte stellt euch da einfach irgendwie 10 Minuten ans Whiteboard, tut ein bisschen brainstormen und dann entwickelt er euren Agenturnamen. Punkt Nummer 2 ist, wähle deine Dienstleistung aus. Und zwar, es gibt natürlich Social Media Agenturen da draußen, die sind auf das Verschiedenste spezialisiert. Und zwar, die einen machen eher mehr E-Commerce, die anderen machen Webseitenbau, SEO, Social Media, Branding, Marketing und so weiter. Und du solltest natürlich für dich überlegen, okay, was möchtest du machen? Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, dass du von Anfang an ein Unternehmen aufbaust, was wirklich skalierfähig ist. Was meine ich mit skalierfähig? Ich meine wirklich etwas, wo du einen Cashflow generieren kannst, wo du nicht den ganzen Tag irgendwie am PC sitzen musst und alles operativ selbst machen musst, wie zum Beispiel, wenn du Webseiten baust. Ich habe mit 16 damals selbst Webseiten für Unternehmen gebaut und habe damals festgestellt, so hey, das macht eigentlich keinen Spaß. Man bekommt für eine Website irgendwie 2.000 Euro, dann sitze ich drei Tage da und habe eine Einmalzahlung von 2.000 Euro bekommen. Bei Social Media Marketing und beispielsweise Ads schalten, Werbeanzeigen schalten und so weiter, ist das was anderes, weil du hast einen sehr, sehr geringen Zeitaufwand, der Kunde hat ein sehr, sehr großes Ergebnis. Das bedeutet, du kannst viel leichter skalieren im Endeffekt mit deiner Zeit und kannst auch diese Skills viel leichter anderen Leuten beibringen. Und somit würde ich dir im ersten Step wirklich empfehlen, Social Media Marketing als Dienstleistung anzubieten, also Accounts wie Instagram, Facebook, YouTube beispielsweise aufzubauen. Das sind ja meistens auch Fähigkeiten, die viele von euch schon kennen und können, weil wir sind den ganzen Tag auf Social Media unterwegs und beschäftigen uns damit und so weiter. Das heißt, ihr könnt wahrscheinlich eh schon genauso viel, wie irgendwie ein Social Media Manager kann. Und von dem her könnt ihr einmal das als Dienstleistung anbieten und in Kombination, um wirklich auch schnell Ergebnisse liefern zu können, machen natürlich Werbeanzeigen extrem Sinn. Und zwar Werbeanzeigen auf Facebook, auf LinkedIn, auf Google und so weiter, wirklich für den Kunden. Diese Kombination ist aktuell wirklich unschlagbar und die Unternehmen sind wirklich auch bereit, dafür sehr viel Geld zu bezahlen. Unternehmen stellen selbst Social Media Manager für 3.000, 4.000 Euro pro Monat an. Und deswegen sind Unternehmen auch wirklich bereit, pro Monat zwischen 1.000 bis 10.000 Euro dafür zu bezahlen, dass du deren Social Media Kanäle managst und dass du ihnen über Social Media und über Online-Marketing wirklich Neukunden und Mitarbeiter generierst. Punkt Nummer 3 ist, lerne verkaufen. Ganz wichtig ist hier vielleicht ein Spruch und den solltest du als Unternehmer nie vergessen. Und zwar, Geld löst alle Probleme von deinem Unternehmen. Und so ist es leider. So, man darf ja immer nicht sagen, so Geld löst alle Probleme, weil dann kommen direkt wieder alle Moralapostel und sagen, dass es tausendmal wichtigere Dinge gibt und klar gibt es wichtigere Dinge als Geld. Aber als Unternehmen ist Geld das Wichtigste und vor allem am Anfang. Das heißt, du solltest nicht irgendwelche Sachen jetzt am Anfang machen, die dir halt nichts bringen. Wie ewig lang irgendwie planen, also beispielsweise, es gibt super viele Leute, die planen die ganze Zeit und sie sagen, ja, bevor sie anfangen, sie müssen planen, planen, planen und dann haben sie drei Monate geplant und es ist immer noch nichts passiert. Oder sie machen zum dritten Mal ihre Webseite neu, zum zehnten Mal ihr Logo neu und so weiter. Das Wichtige am Anfang ist Geld. Ohne Geld kannst du keine Agentur aufbauen und was bringt dir Geld in der Agentur? Verkaufen. Das heißt, du solltest wirklich verkaufen lernen, du solltest dir jemanden holen, der dir zeigt, wie man auch wirklich in unserem heutigen Zeitalter verkauft. Also nicht mehr wie irgendwie ein Staubsauger, Vertreter oder sonst was, sondern wie man wirklich verkauft, weil die Nachfrage nach Social Media, nach Online-Marketing, nach Digitalisierung, die Nachfrage ist aktuell so groß wie ja noch nie. So jedes Unternehmen will auf Social Media, will digitalisieren, will Online-Mitarbeiter, Neukunden gewinnen und deswegen solltest du spätestens jetzt anfangen, verkaufen zu lernen. Punkt Nummer 4 ist, sammel Leads. Sammel Leads und Termine. Das ist natürlich super wichtig, weil wenn du jetzt verkaufen gelernt hast, dann ist das Nächste, was du brauchst, mal wirklich Termine und Leads, denen du etwas verkaufen kannst oder bei Terminen, wo du etwas verkaufen kannst. Und zwar kannst du Leads über folgende Dinge sammeln. Einmal über dein Netzwerk, das ist auch eine Sache, was ich dir auf jeden Fall empfehlen würde, wirklich auch am Anfang den ersten Kunden über das Netzwerk zu generieren. Aber es gibt natürlich auch noch verschiedene Möglichkeiten, wie Termine und Leads über Kaltakquise zu akquirieren, also wirklich Telefonakquise über LinkedIn, über Social Media, über Ads, über gewisse Anzeigen und so weiter. Also da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Wichtig dabei ist nur, dass du wirklich deine Akquise oder auch wirklich das Sammeln von Leads möglichst zeiteffektiv machst. Das heißt, du solltest nicht den ganzen Tag auf LinkedIn irgendwelche Nachrichten rausschicken, die dir im Endeffekt keine Termine bringen vielleicht teilweise, wenn du es falsch machst, nur weil du keine Telefonakquise machen möchtest. Das heißt, du solltest all diese Dinge für dich ausprobieren und gucken, was ist für dich am zeiteffektivsten. So wie kannst du am wenigsten Zeit reinstecken, aber am meisten Ergebnis wieder rausbekommen. Und das ist super wichtig. Punkt Nummer 5 ist, führe Verkaufsgespräche. Es ist natürlich klar, du hast jetzt Leads generiert, du hast Termine generiert und jetzt geht es darum, die Verkaufsgespräche zuführen und im Endeffekt auch irgendwo Geld zu verdienen. Und was man vielleicht noch dazu sagen muss, bevor du in die gewissen Termine reingehst, du solltest wirklich von Anfang an die richtige Recherche machen. Du solltest von Anfang an wirklich nur zu Kunden gehen und auch Termine ausmachen bei Kunden, die auch qualifiziert für deine Dienstleistung sind. Also wenn du schon weißt, okay, der Kunde hat gar kein Geld, der hat einfach kein Geld auf dem Konto oder wenn du irgendwie zum Dönerladen nebenan gehst, so, da wirst du halt mit ihm am Ende wahrscheinlich über 100 Euro pro Monat mehr oder weniger streiten. Und das ist halt eine Sache, die du eigentlich ja nicht möchtest. Das heißt, achte von Beginn an direkt da drauf, dass du wirklich deinen Traumkunden definierst und dass du wirklich erstmal an die Leute gehst, die für dich interessant sind, die deine Dienstleistung auch wirklich bezahlen können und so weiter. Das heißt, Unternehmen, die beispielsweise viele Mitarbeiter haben, die mehrere Standorte haben und so weiter, das sind alles Indikatoren, um zu zeigen, ah, der hat Geld. So, dann tust du dir im Verkaufsgespräch auch wirklich viel, viel einfacher. Dann ist es so, du solltest im Verkaufsgespräch immer drei Dinge vor allem beachten und zwar Vertrauen zu dir als Person aufzubauen. Glaub mir, wenn die Person dich sympathisch findet oder die Geschäftsführer dich sympathisch finden, ist es schon die halbe Miete. Dann müssen sie Vertrauen zu deinem Produkt aufbauen. Also sie müssen sehen, dass das Produkt für sie Sinn macht, dass das Produkt im Endeffekt deren Probleme löst und sie dadurch ihre Träume und Ziele und Wünsche erreichen. Und sie müssen ein gewisses Vertrauen zu deinem Unternehmen aufbauen. Aber wenn du diese drei Punkte gemeistert hast und das Unternehmen hat Geld, dann wirst du höchstwahrscheinlich auch einen Close bei diesem Termin machen können. Und wie gesagt, ein Close ist meistens wirklich schon natürlich recht viel Geld, weil Unternehmen sind wie gesagt bereit dazu, 1.000 bis 10.000 Euro pro Monat dafür zu bezahlen, dass du für sie gewisse Social Media Marketing Dienstleistungen ausführst. Punkt Nummer 6 ist, führe die Dienstleistung aus und hole dir zufriedene Kunden. Lege wirklich extrem großen Wert darauf zu overdeliveren, also wirklich mehr zu bieten und mehr zu leisten, als der Kunde sich erwartet hat. Weil dadurch wird er extrem happy sein, würde dich weiterempfehlen und so weiter. Und das ist ja genau das, was du möchtest. Das heißt, du solltest dich natürlich nicht nur aufs Verkaufen fokussieren, sondern du solltest auch den Fokus auf die Dienstleistung an sich legen. Du solltest wirklich da eine sehr, sehr hohe Qualität haben. Und wie gesagt, du solltest immer ein bisschen mehr geben, als der Kunde erwartet hat. Und Punkt Nummer 7 ist, ein Kunde, der mehr bekommen hat, als er erwartet hat, macht zwei Dinge. Und zwar, er empfiehlt dich einmal weiter und er kauft wieder bei dir. Und das ist natürlich für deine Agentur extrem wertvoll. Das heißt, wenn dein Kunde zufrieden ist, gehst du aktiv auf ihn hin und fragst ihn, hey, wie sieht es aus, wer könnte die Dienstleistung auch noch brauchen? Könntest du uns dort und dort vielleicht empfehlen? Wir sind gerade auf der Suche nach noch 1, 2, 3 neuen Kunden. Und du kannst bei diesem Kunden auch direkt einen Upsell platzieren. Wenn du beispielsweise das allererste Produkt bei ihm verkaufst, kannst du schon mal ein bisschen vorfühlen und sagen, hey, wie sieht es eigentlich aus? Wenn sie da wirklich zufrieden sind, wenn sie die Ergebnisse bekommen, die sie sich erhoffen, sind sie dann bereit, auch wirklich langfristig mit uns zusammenzuarbeiten, andere Dinge auch noch mit uns zu machen, andere Produkte bei uns zu buchen. Und du wirst wahrscheinlich hören, ja, wenn das Ganze klappt, dann natürlich. Und nach einem Monat, wenn alles gut funktioniert hat, kannst du dich wieder darauf beziehen und sagen, hey, sie haben ja gemeint, wenn alles gut funktioniert und so weiter, dann können wir gerne langfristig zusammenarbeiten oder noch weitere Dinge machen. Und ich hätte jetzt tatsächlich auch direkt was für sie, was sehr, sehr interessant wäre, XYZ. Das heißt, wie gesagt, wenn du zufriedene Kunden hast, kannst du auch direkt in den Upsell gehen, du kannst direkt in die aktive Weiterempfehlung gehen und dann kannst du auch direkt schon wieder deine weiteren Kunden generieren. So, das waren jetzt auch direkt schon mal die sieben wichtigsten Punkte, um wirklich eine Social-Media-Agentur 2021 aufbauen zu können. Deswegen schreib gerne mal unten rein, ob du aktuell eine Social-Media-Agentur aufbaust und wenn ja, auf welchem Stadium du ungefähr bist. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wenn du auch generell wirklich eine Agentur aufbauen willst, skalieren möchtest und so weiter, Vertrieb lernen möchtest, Marketing lernen möchtest, dann check unbedingt mal die Links auch hier in der Beschreibung ab. Dort kannst du dich auf ein kostenloses Telefonat mit mir eintragen. Dann können wir über deine aktuelle Situation auch einfach mal nochmal sprechen. Und ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, wie gesagt, gib gerne einen Daumen nach unten, schreib mir dein Feedback in die Kommentare und spätestens jetzt solltest du auch wirklich den Kanal abonnieren, um auch kein Video mehr zu verpassen. Und in diesem Sinne sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, euer Max. Ciao. Ciao.